Die Anfahrt zum Nationalpark Pitkely Wie aus dem Bilderbuch Die letzten Kilometer aber Wieder schon der Piste Diesmal sogar mit Waschbrett-Einlagen Dafür stehen wir aber gut und komfortabel Ein erster Schickspaziergang noch am Abend Frühmorgens die längere Tour Pitkelyerwi ist ein typischer Nationalpark Bei dem man auf die Kleinigkeiten links und rechts achten sollte Nichts spektakuläres, aber naturpur Bohlenwege führen durch sumpfige Stellen Musik Durch Zufall entdecken wir aber noch den Wappenvogel des Nationalpalts. Danach Wanderstiefel aus. Das war's. Und... Untertitelung des ZDF, 2020